Und dann würde ich sagen, können wir loslegen. Nickery wollte doch eventuell auch mit machen. Wird ich schon mal eine Nobby aufmachen? Das kann ich machen, dann könnt ihr schon mal eure Charaktere basteln. Genau, wäre schon mal angebracht. Aber ich habe wahrscheinlich eh noch nicht viel, mit dem ich basteln kann. Wahrscheinlich habe ich nur die Standardcharaktere. Doch man hat von Anfang an schon ein paar Möglichkeiten. Ja, du hast von Anfang an unheimlich viele Möglichkeiten. Aber man kann mit bis zu acht Spielern spielen. Ja, das ist so, finde ich, ziemlich cool. Ja, vier Stück ist eigentlich so, finde ich auch schon ausreichend. Ja, also... Wir können auch auf acht stellen, aber es ist ein ziemliches Gewusel. Ja, Nickery, du wolltest doch eventuell auch mitspielen. Dann musst du halt... Also jetzt hast du die Möglichkeit. Dann können... Also wer jetzt mitspielen möchte, der darf das natürlich tun. Also da ist die Lobby jetzt geöffnet? Ja, die ist nur für Freunde. Lobby finden. Lobby finden. Okay. Wenn ich schon Freischaltungen lese, kann das nur ein gutes Spiel sein. Das finde ich ja so schade an Mario Party. Ich habe das so geliebt an Mario Party 2, dass du von den Münzen, die du in den Spielen kriegst, tatsächlich dir dann die Minispiele freikaufen kannst. Das fand ich wirklich, wirklich cool gemacht. Wie heißt deine Lobby? Meine Lobby heißt... Ich drücke mal... Ich habe Pummel-Party nicht auf dem richtigen Screen. So. Ich drücke mal ganz kurz Pause. Dann seht ihr jetzt mal den Plan. Und ich lade jetzt gerade mal die Freunde ein. Gut. Ja, breit unten rechts sollte... Du sollst erstmal deinen Charakter bestätigen und dann unten rechts solltest du bereit drücken, oder? Ich weiß nicht, wie ich denn bestätige. Oh, Moment. Ich muss noch aufs Zurückdrücken. Hm... Bereit, ja. Ja, ich nehme eine an. Okay, ich bin bereit. Bereit. Bereit, jederzeit. Eklig. Ein normaler Schlafrhythmus. Ja, das geht heute nicht. Doppelte Zeit ist jetzt nicht an. Also gehen die in Zeitlupe. Die gehen ganz normal. Ja, so Zeitlupe. Also machen wir jetzt Rivalen, Arena? Äh, ja. Okay. Danach können wir mal Überbuchungen machen. Okay. So. Wie mache ich das jetzt? Also. Ich habe das noch nie mit Ding gespielt. Okay, mit Maus funktioniert es schon mal nicht. Ja, mit Leertaste. Ja, okay. Ja, toll. Hutzfing an. Sehr gut. Also ich muss gestehen, wenn man das halt noch nicht immer mit Controller gespielt hat, das ist ja du. Was ist jetzt so? Was ist jetzt auch mit Controller spielen? Nein, jetzt will ich auch nicht mehr. Wenn ich so mit Maus ist das besser, dann spiele ich das mit Maus. Ja, also ich finde es besser so für die Minispieler zum Zielen, aber vielleicht kannst du ja mit Controller besser zielen. Also ich bezweifle, aber... Okay, äh... Was ist das da hinten für ein tolles Feld? Es leuchtet. Ich will das in die Richtung. Voll. Oh, das war ein Heilfeld. Äh, äh... Nein! Das ist doch jetzt mal ein Mist. Nein, du darfst dir aussuchen, was Leute abgeben, die da drauf kommen. Genau, du besitzt das Feld jetzt und darfst aussuchen, ob du dann Schlüssel bekommst oder die Leben verlieren. Ich will ja nichts sagen, aber bei mir ist das auf dem zweiten Monitor aufgegangen, das Spiel. Und da ist jetzt meine Startleiste, meine Taskleiste davor. Na super. Na super. Wo der Text ist. Äh... Ja, lass sie einklappen. Automatisch. Also mit Controller können wir jetzt einfach hin und her switchen und es einfach bestätigen. So, ich möchte... Ich muss extra nochmal ein bisschen nachmischen, die habe ich ein bisschen zu laut gelegt. Gebt mir euer Blut. Warum kriegst du da Blut? Kannst du nicht letztes Mal Schlüssel? Ja, du kannst auswählen, entweder Schlüssel oder die Leute verlieren da extra für Leben. Ah... Ja, war das Blut oder Schlüssel? War das nicht von Blut entschieden und dich gefragt, warum es keine Schlüssel sind? Ne, was war denn das andere, was man... Ah, Pokale war das, genau. Ach so, Pokale. Ja, Pokale sind wie Sterne und Schlüssel sind wie Münzen. Wir werden jetzt mal einen mit Mario Party vergleichen. Und tschüss. Aber du warst doch gar nicht auf meinem Feld. Ne, doch, die beiden gehören dir. Du nimmst immer direkt zwei ein. Ah... Ja... Sehr nice. So, ich ziehe einfach mal an euch allen vorbei. Ja, komm mal vorbei. Immer. Lass uns mal ein bisschen reden. Möchte nur reden. Mit der Schlaflinte. Ja... Das sagen sie alle, sie wollen nur reden und dann wollen sie doch mehr. Auch näääää. Das kann ich auch. Das ist vorallem mies, weil du mit W immer beschleunigst, egal wie rum dein Auto steht. Jaaa... Näääää... Äääää... Ich spiel's mit Controller. Ich habe gleich beschlossen, ich spiel's mit Controller. Ich bleib bei der Tastatur, komm. Bleib auch bei der Tastatur. aber ich bin ich bin der blau und die farbe auch für mich nicht ich finde das einfacher dieses andere autospiel also ich bleibe auf dem letzten also wenn ihr euch fragt wer ich bin ich bin der der dauernd runter fällt ich will gern wissen wer blau ist warum weil weil ich zu viel getrunken auf bleib hier ich krieg dich ok 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 ich bin durch so ich muss ganz kurz ja was vom lr ja genau ja ja ich bestelle was soll ich denn essen leute es ist deutsch-indische küche zudem bitte sushi und ich mich verarschen so sie beim in der küche hatte deutsch-indische küche tiki masala tiki masala tiki masala so ein schönes hähnchen curry tiki taki will ich nicht tiki taki nein das ist bestimmt alles scharf ja natürlich ist es scharf wie sau deswegen esse ich sowas nicht böses geschenk sie sind in eine kiste gesprungen da ist doch noch genug schlüssel ne ich hab 42 40 40 kostet das nicht letztes mal 50 gekostet nein nein 40 42 die antwort auf alles geht schon mal gut an ich bin zufrieden schiebung schmeiß den raus bis connect instant kick fahr bis zu dir und schmeißt einen computer aus dem fenster und jetzt kriegt er auch noch schlüssel oder ja dass wir das wieder reinkriegen weil ich ausgegeben habe habe ich schon gesagt schiebung ich glaube nämlich hier was auch immer ich da genommen habe medipack ja wunderbar ich war auch kann es ja später einsetzen kann man eigentlich auch gucken wo man hinter wie meinst du ich weiß doch von hier aus jetzt gerade nicht ob ich nach links also also dieser die dieser rote dieser goldene funken der da die bahn entlang fliegt er zeigt ihre du lang musst der kürzeste weg aber ja man kann sich hier zuerst auch eine map übersicht werden ich weiß noch nicht welche taste das steht immer unten also bei mir auf dem controller ist im silen ok ich war mal der erste spieler mittlerweile bin ich ganz am ende die zeiten sind vorbei ganz am ende bist du nicht nur fast wie geht es nicht um die letzte position ich sag mal was ist das aber muss einfach nur den lasern ausweichen wer ist dir bewegen leerzeichen springen warum warum muss alles auf a liegen a ist die taste die ich die ich kaputt gedrückt habe spiel mit tastatur dann liegt es nicht auf a dann liegt es auf lr das will ich auch nicht habe ich nicht beim letzten mal zero als wir das gespielt haben gesagt dass das sollte ich eigentlich gut hinkriegen und war irgendwie der erste der rausgeschlungen ist ich glaube auch irgendwie sowas war da ich glaube ich hatte darauf gesagt ich schaffe es nicht und habe es bis zum ende überlegt ja selbsteinschätzung ist dann gut bei uns ja ja wurde einer schon getroffen ja aber nur einmal hat man das ja man hat eine lebensweise in seinem kopf hat man ja hier das grüne balken im kopf wie der alex mir nach macht ja wenn es funktioniert ja ich habe ihn verwirrt ich bin jetzt auch da eingeschränkt ja auch einmal getroffen mich jetzt schon zweimal erwischt exo zuerst getroffen und jetzt im finale ist ja ganz plötzlich so krass wurde also wirklich wir sind beide gleichzeitig umgefallen ich sehe es hier klar gerade im stream ich werde wieder hier ich werde hier wieder boykottiert ja schön nur weil ich ein brennendes cape habe heißt das nicht dass ich feuer und flamme dafür bin das war halt ein nettes geschenk zu deinem geburtstag ja genau du spürst dich auch noch also echt aubergen der besonders gerne nicht ja das ist ja gut und ich halte mich wieder also ich bin ich bin mister heilung habe ich ein item eigentlich nein das hast du dir verspielt der holt sich hier die ganzen felder ja ja viel schlimmer viel schlimmer finde ich dass er gerade schon wieder fast fast 40 schlüssel hat mit 11 das heißt meine nichte ist wohl jetzt mit mit neun auf fast 40 und vor dem mittleren alter kriegt schon beider mit warum bist du ein kaktus der kaktus schützt vor allem einmal schaden auch nicht schon wieder aufzufahren ich kann doch nicht ich find's gut ich kenne das noch nicht vor allem was heißt du kannst du nicht auf dem führerschein oder nicht ja wohlgemerkt ich bin hier derjenige ohne ich habe auch keinen ja siehst du wahrscheinlich werden wir beide am besten abschneiden nee ich kann dieses spiel kann ich überhaupt gar nicht ich habe das talent übergegen zu fahren ja aber ich muss sagen dass sie jetzt auch ein bisschen schwerer als das davor aber okay ich bin das letzte also ich tue es mir deutlich leichter als das letzte ja ich merke du bist direkt vor mir ne ah ich komme nicht wie kommt man nochmal rückwärts scheiße ja Leon jetzt hast du mich überholt einfach vorwärts drücken bis du dich gedreht hast nein ich habe eine rückwärtsfahrtaste ich habe eine rückwärtsfahrtaste das wusste ich nicht war auch gar nicht sicher ich bin jetzt ich bin jetzt ganz weit weg von ja auf der tastatur sind ganz viele ja wirklich ja da habe ich mir auch gerade ah verdammt du hast mich abgehängt jup ich bin noch voll unterwegs ihr seid ganz weit weg ja ich bin in der zweiten runde also ich noch nicht gibt ne zweite runde? es gibt drei ich bin noch nicht meine ersten fertig wie beim vorigen game gab es auch drei bloß die waren halt kürzer ja gab es zwei vielleicht gibt es ja auch nur zwei vielleicht nicht habe ich mir nicht gemerkt vom letzten mal aber die zweite runde war ich deutlich schlechter als die erste ich war die zweite runde tatsächlich besser ich auch aber schlechter ging auch nicht muss ja wieder gut machen dass ich beim letzten mal erst nur schruder geworden bin jetzt beim letzten mal in die spiel aber du hast doch eh schon so ein Dings da ja ich hab schon gewonnen was ich wurde überholt ja von mir die meine an Alex fällt jetzt zurück auf den dritten Platz ja komm 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 ja du hast mich überholt okay ich kann dieses mini spiel nicht hat die aubergine wieder ein erwarte ich mache meine hose zu was denkt doch immer dran wir sind doch hier ach das geht auch ja das geht auch man kann nicht von den wegen runter ich dachte man kann da nicht unterfallen sehr gut 100 100 wir gehören schon ziemlich viele felder also wir können die ganzen heilfelder uns möchtest du kein item benutzen auf gehört und brauchte was belangloses nicht aber ich habe gehört so eine abrissbirne könnte zero ein bisschen tag versaut ich habe ich habe eine bombe war es nicht die abrissbirne nein es war eine bombe war da ist da so ein smiley drauf ja das ist die abrissbirne aber die nimmt ja trotzdem kein pokal weg also nein aber die macht ihn kaputt und du darfst aussetzen das ist immer so mies wenn das passiert ich würde sagen kriegt man das nicht dafür dass mein erster wird nein das geschenk ist zufällig ja geschenk ist zufällig aber wir spielen wieder bomber man das habe ich beim letzten mal gewonnen ja aber am ende steht ihr immer noch hinter dem bomber wolf ist jetzt ein bomber wolf bin ich ja das ist so eine bootleg version von bomber man kann es einfach ignorieren ich glaube wir haben uns gerade alle gesprengt ja ich glaube auch aber du hast die punkte gekriegt ja weil ich später gestorben bin ja ich habe meine bombe ungünstig gesetzt das war nicht so clever oder ich habe die dinge bekommen weil ihr von meiner bombe gestorben seid ja obwohl kann sein ich glaube es ist gar nicht so schlau erstmal in die mitte zu gehen wenn man dann die anderen dann auch schnell rankommen oh je oh oh fuck ich flieg raus oder doch nicht doch naja ja ehrlich oh scheiße mich hat zerfetzt danke dann übernehme ich diesen sieg verdammt bomber wolf ist leider durchgefallen ich bin trotzdem letzte gewonnen obwohl ich gerade die runde gewonnen habe ja es ist halt das letzte was soll man sagen ich kann ich habe nicht ich habe leider nicht genug um mir das ding zu kaufen und von mir nach hause jetzt habe ich angst ich schlafe auswärts ja ich habe eh nicht genug für leider zum glück ärgerlich damit kauft sich dann der wolf das ganze ja ich habe eine ehrenrunde abrissbirne abrissbirne was passiert eigentlich wenn ich jetzt den wolf mit der abrissbirne direkt vor dem exit dann stirbt der wolf und da hast du eine gute tat getan das stimmt mal überhaupt nicht doch nein kaktus habe ich vergessen das war jetzt exo die mich geabriss birnt hat ja dann habe ich auch noch umhauen und dann bist du wirklich tot nee ich habe 16 leben ja und die macht 20 schaden macht die ja soweit ist der wolf ist vor mir dran äh können wir austesten ob die wirklich so viel schaden machen alex hau dich mal selbst nein ey du wirst du wohl ne die macht nur 10 ne doch nur 10 ok ok na gut habe ich es überschätzt guckt euch an da holt sich der wolf auch so ein Bucker ja ihr wollt auch einen haben hab ich dir aber nicht erlaubt meinen pokal anzfassen ja du hast ihn ja nicht gewollt ne ja ich ein tücke gewollt schon bloß halt nicht genug geld oder schlüssel das ist viel zu weit weg ja habe ich das schon mal erwähnt viel zu weit weg so wer möchte zu mir so gucken wir doch mal was habe ich denn für gegenstände ich habe Leben ich habe so eine Mr. Dabolina ist im Pulloverstart willkommen Mr. Dabolina ach guck mal den nehme ich mir jetzt auch so einen ich gönne mir jetzt auch so einen Kaktus hm glaub ich den jetzt benutzt ne hä du musst glaub ich noch Q drücken ahja jetzt dann wirfel ich boink das ist gut aber ich habe nicht nur so gut und dann hole ich mir noch eine Rakete was auch immer die Rakete kann Pulloverstart nein Pulloverstart du bist in Pulloverstart oh da wird es gut ah nein das Tetris ja du musst halt immer da stoppen dass du den Turm nach oben baust und es wird immer schneller also oben glücklich oder was bauen äh oben ist so eine Platte wenn du die erreicht hast hast du gewonnen ah ok ok und ich kann das hast du gewonnen das Spiel habe ich noch nie gespielt aber warum nicht ne ich dachte mir so ne warum sollte ah ok 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 wir haben Penis gebaut nicht mit Absicht wohl gemerkt aber er wird länger also oh was war das? oh ein Mittelfinger nein ach was mache ich denn? ok der war schlecht der war auch schlecht irgendwie ein Doppelturm gerade aber gar nicht mal so schlecht da habe ich gute Chancen hoch zu kommen aber ok was ist es ah am Ende hast du mir echt Druck gemacht aha da war ein zweiter ja ja schade exo baut überall ja ja ich drücke mir durch GF nur A das war auch eine Taktik das ist am Ende in der Mauer aber trotzdem ja und das funktioniert nicht gut genug die Mauer muss weg die Mauer muss weg ich habe dadurch auch schon mal gewonnen so ist das nicht war gut dann würde ich nichts gesagt haben so dann wird es nicht das Geschenk ne ich habe nicht genug Schlüsse ja und hätte ich sagen können dass etwas Schlechtes passiert dann spielen die Schlüsse ja keine Rolle so weil ich nur mal gesagt haben ne meine Gäste schreien ja man da warum schreien deine Gäste ich weiß es nicht warum sie schreien aber ich höre sie schreien du kannst auch mit dem teleportieren und tauschen äh was macht ihr da? das ist ein guter Tipp Alex das ist ein guter guter Tipp ja ich will einfach nur Rutsche ärgern nein du willst mich nicht ärgern aber ich? ah das klappt auch nicht so hm Kaktus schützt auch vor sowas das wusste ich nicht jetzt wissen wir es aber so Gegenstand was sehe ich denn jetzt? nehmt das Medifact ab und die Pirna nein brauche ich nicht vertraue mir das hat einen geheimen Effekt Pakete kriegen sie zehn Felder auf das Ziel zu und schalte alle Spieler hm wie viele Spieler sind voll mir vor mir also ich bin aber noch für das Medifact ich nehme jetzt einfach die Pakete oder dann nimmst du die Schrotflinte und benutzt ihr selbst in den Kopf nö nö ok guck um dir an uuuuh wir sind nais ja ich befürchte das geht ein Hudson ja sein der verdrückt sich jetzt ich möchte bitte eine Belohnung am Ende für die meisten verlorenes spiele haben Danke. Ja, aber das krieg ja ich. Bis dahinten. Dann bin ich froh, ich mich doch nicht teleportiert hab. Ja, und ich krieg noch ne Abrissbirne. Ich abrissbierne euch so sehr. Ihr merkt schon. Ich dich auch. Ich werde euch so biernen. Der Exo, du bist jetzt am nächsten dran. Ich hab keine Rakete oder so. Das ist das Blöde. Ich kann einfach nur würfeln. Das war einfach wenig. Aber du bist geheilt. Der heilt sie sind. Weil? Ah, nimm das. Das ist dieses Heilspiel. Wer ist der Heil? Das weiß ich nicht. Sieht man, wenn das Spiel startet. Ah, okay. Ich bin schlecht darin. Ach, Gott sei Dank. Ach, nee. Ich bin Mr. Lila. Ich hasse es, der heil zu sein. Aber warum? Das habe ich gesehen. Ja, das war viel zu offensichtlich. Genau. Bin ich eigentlich schon tot? Das weiß ich noch nicht. Kannst du dich noch bewegen? Eine Papie. Hast du dich aus den Augen verloren oder was? Ja, ich habe mich komplett aus den Augen verloren. Bist du mal gut. Dann bist du wahrscheinlich tot. Aber es ist ja nur eine Blutlache da. Ja, eigentlich müsste ich noch am Leben sein. Ja. So, die eine Million Euro Frage ist... Wir müssen die Dinger hier einsammeln. Da ich ja tot bin... Wir müssen die Dinger einsammeln. Kann man die Blauen ja komplett ignorieren. Scheiße, ich bin hin. Das ist er weg. Exus ist gut in dem Spiel. So gut. Ängstigen. Rutz müsste noch eins einsammeln und... Äh... Und abbauen. Ja. Sie hat mich... Sie hat mich gesehen gehabt, leider. Ich habe nämlich genau, als sie gekommen ist, gedreht. Eigentlich habe ich das nicht gesehen. Ich habe einfach nur nach alle Lila dann so gesehen verschränkt mit dem Heil. Ja, das habe ich auch bemerkt. Aber es waren nicht mehr viele da. Deswegen habe ich mich eigentlich zwischen die anderen gestellt. Und meine sind dann abgedreht. So schnell konnte ich nicht reagieren. Meine Reihe. Langsam wird es ja echt kräng. Ja, jeder hat eins. Ja, das gefällt mir nicht. Wie er alle meine Pokale klaut. Oh, das ist gar nicht mal so weit weg. Finde ich gut. Also ich finde das ganz schön weit weg. Wo bin ich überhaupt? Aber ich habe keine Schlüssel. Also für mich... Ja, aber... Aber Nero hat so viele. Bedeutet, wir müssen ihn jetzt leider erst mal ein bisschen kaputtschauen. Ja, okay. Ich bin der Schwarze aber, ne? Achso. Einmal auf Blau, bitte. Einmal die Abrissbirne fahren. Ich wollte gerade sagen, ich habe es einfach in zwei gekommen. Wo ist er denn? Blau. Ich bin jetzt aber nicht so nett. Warum nicht? Ich bin nicht Meily Cyrus. Ich stehe nicht so auf Wartuswürmen. Aber warum nicht? Oh, was habe ich da denn aktiviert? Auch Nanny ist den Hasen beschwören. Was ein Hasen? Das Killerkaninchen aus Ritter der Kokosnuss. Oh. Ein Kaka? Ein Kuklux-Klan-Mitglied? Nein, ein Killerkaninchen. Ein Killerkaninchen. Ah. So, ich mache mich mal lieber wieder fit. Ja, Alex, lauf lieber. Das war zu viel. Wenn du noch keinen Schlüssel hast, ist es doof, wenn du jetzt schon am Ziel bist. Habe ich gehört. Ich bin ja noch nicht am Ziel, aber ich verliere noch Schlüssel. Ich sage mal her und ich kriege so. Das ist eigentlich unverschämt, dass du so viele Schlüsse von uns glaubst. Tja. Da wollte ich nur mal, Muld, wollte ich nur mal fit. Dann weniger auf Dings drauf, ne? Komm, so. Dann haben wir mir. Ruts, du hast die meisten Schlüssel. Habe ich gar nicht. Abgesehen von mir, ich hau mich ja nicht selbst. Warum denn? Das ist nicht so mein Stil. Ja, finde ich, könntest du mal anfangen zu tun. Ich finde das auch. Ich finde das wäre absolut gerecht. Nee, ich glaube nicht. Ich habe gehört, du hast vom Gerechtigkeitsteuerung... Ich habe keinen Plan, wer gerade gewinnt. Der, der ganz oben steht. Nicht hier. Oh, ich hasse dieses Spiel. Okay, schießen da. Okay, das ist ein Kackspiel. Jetzt schon. Sehe ich jetzt schon. Ah, ja, das ist in der Tete Steuerung. Oh, nein. Nein. Doch. Lop, 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 lop. Oh, kein Mann. Äh, wie lenkt? Oh, damit lenke ich. Okay. Äh, äh. Warte mal, ich bin mir nicht so ganz sicher. Bin wohl. Ja, du darfst noch weitermachen. Okay, auch noch. Dann spawnt wieder. Oh, das ist wirklich invertiert. Ich hasse das. Ja, das ist so leer. Oh, okay. Da müsste ich eigentlich mit Maus spielen. Das Problem ist, bei dem Spiel benutzt du keine Maus. Oh. Ja. Warte auf, mich zu schießen, ihr Schweine. Niemals. Also, ich habe noch null Punkte. Ich habe vier. Werde andauernd abgeschossen. Sind alle mehr hinter mir her. Ja, ich musste mich umbringen, damit ich auch mal einen Punkt kriege. Kann man eigentlich beschleunigen? Ja. Äh, nein, kann man nicht. Beschleunigen, äh, du hast immer dieselbe Geschwindigkeit. Du kannst halt nur lenken. Und schießen. Nein. Dann wollen wir mal laugehen. Okay, ich bin letztendlich. Ja, das war ja mal perfekt. Ja, fand ich auch. Sieht gut. Also, das ist, das ist, das ist ein ekelhaftes Spiel gewesen. Ja, ich fand es ganz cool eigentlich. Ich nicht. Ja, du. Ich muss gestehen, bis jetzt hat mir erst ein einziges Spiel gefallen. Ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Was du halt nicht kannst. Hättest du dich noch ein Stück näher kommen können? Nö. Ich hab da so ein Boxhandschuh mit deinem Namen drauf. Ja, denke ich mir schon. Ein Boxhandschuh, der seinen Namen trifft. Aber das ist kein Problem. Hutz ruft einfach das Killerkaninchen und es bringt dich dann um. Ja, aber es kann das nicht mich auch umbringen? Nein. Nein. Ah, ein gutes Killerkaninchen. Die Person, die das Killerkaninchen beschwört, die wird nicht getötet von dem. Das ist aber nett. Ja, dann ruf ich das doch mal. Deswegen hättest du es einfach auf den Alex. Nee, das macht ja so. Deswegen nimmt sich der Alex jetzt mal freiwillig aus dem... Natürlich! Hehe. Wäre schön. Wollt mich extra eine Runde aus dem Spiel nehmen. Das war ja auch jetzt so weit. Seine fällt, jawohl. Da will man mal den negativen Effekt. Und? Hat sich gelohnt? Ja, unheimlich. Dann ist ja gut. Glück verschwendest du keine Items. Was ein Glück? Hey, jetzt wirst du noch geheilt. Das ist super. Weißt du, was das Gute ist? Jetzt ist ein Entnehmen von meinem Killerkaninchen. Dunkle Beschwörung. Benutzen. Kann das auch schief gehen? Ich glaube nein. Da ist es. Das Böse in Person, siehst du an. Das ist doch mein Fettkopf. Würfel schlagen. Nein. Da komme ich aber auf so einen Totenkopffeld. Da will ich nicht hin. Das ist auch nicht. Das ist was Gutes. Das heißt, du wirst zu einem Pirat. Und jeder will Pirat sein. Ja, nein. Da will er nicht hin. Da wollte ich auch nicht. Obwohl, doch. Da bin ich hin. Ich will Schlüssel. Nein, du willst Blut. Ja, ich will Schlüssel diesmal. Oh, oh. Kaninchen. Das ist nicht weit genug gelaufen. Ach was. Ach nee, nicht das. Oh, da bin ich gut. Nein, ich nicht. Warum seid ihr alle in irgendwas gut? Ich bin, äh, ich sag immer, ich bin nicht gut in das, also. Ja, und das ist das einzige Spiel in diesem ganzen Ding, in dem ich wirklich gut bin. Ja, Alex ist der Alex, der sagt, dass er gut ist. Also ich hab in diesem Moment ja auch schon gewonnen, so ist das nicht. Hau, oh. Die ganze Zeit immer so. Darin bin ich gut. Darin bin ich gut. Darin bin ich voll gut. Der Alex, guck mal, hab ich noch nie gesagt. Alex denkt das gut. Alex ist ja nicht böse. Ja, ich häng auch grad hinten dran, also ich bin. Nein. Nein, das kann nicht wahr sein. Nein, das bin ich runtergegangen. Ich will da, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Oh, wann bin ich gut? Jetzt hab ich's gesagt. Wollt's nur den Alex nachmachen. Oh, ich hab grad lex, scheiße. Tolles Victory. Oh, kein Leck. Na. Okay. Okay, 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 okay. Ja, ist es auch okay? Bin ich bei Weihnachtsmann? Du musst den zweimal an einem Tag kommen, sein. Oh, blöde. Und weiss schon. Wer wohnen schafft leicht Fuß bekommen. Na, hab ich auch schon. Sonst seid ihr so gut. Also ich bin grad furchtbar schlecht, weil bei mir lex so normal. Und warum kriegt ihr eigentlich irgendwelche Punkte? Weil wir ein Ziel sind. Siehste? Hast du auch begonnen. Okay, das ist mit Prozessorleistung ein bisschen problematisch. Ich brauch halt mal bessere Prozessor an dem Scheißdeck. Ist wie ein Gruppe. Also können wir nächstes Mal solche Spiele ohne Neuro spielen? Das ist für gut in sowas. Finde ich gut. Der Alice ist gut. Und das behauptet er sogar. Ja. Aber mein Prozessor. Ja, wir nehmen dich dann einfach wieder bei Fasmo mit. Das ist dann auch okay. Näää. Ja, aber es ist ja auch ein Unterschied, ob er das behauptet oder es auch wirklich ist. Das stimmt, ja. Ja, das Problem ist, der hat so viele Schlüssel, dass er eigentlich schon wieder ein Pokal danach wieder kaufen könnte. Ja, ne. Achso, ja stimmt. Bei Hutze in der Elf auch schon fast 40. Also hab ich jetzt quasi schon 40. Jetzt hast du eigentlich schon fast 50. Oh. Oh. Äh, was war das? Da hat er mich eingesaugt und wieder aufgespuckt. Killer-Stops aber. Okay. Vor allem das Schlimme ist, nur er konnte überhaupt das Ding holen, weil er die ganzen Minispiele gewinnt und nur er wohnt. Und deswegen hab ich ja die Birne übernommen und es geholt, damit ihr das nicht tun müsst. Guck mal, wie nett ich bin. Nicht so vorkommend. Ja, ne? Warum haben wir mit ihm nicht dieses Battle-Blocks, die hätte er gespielt? Hätte ich mal gesehen, ob er da so gut ist. Hat der Alex nicht gute Erinnerungen mit mir daran? Ja, das stimmt. Das haben wir irgendwann mal angefangen und da hatte ich gar keinen Bock mehr. Und dann haben wir es so wiegen lassen. Ach, wegen dir durfte ich das dann weiterspielen? Ja. Mit ihm? Genau. Ja, richtig. Nichts Gutes dabei. Ne, das ist keine gute Runde für mich. Ja, bisher, aber es kann sich ja noch alles drehen. Ist noch alles offen. Ja, geht zum Killer-Kaninchen. Ja, auf Alex, zum Killer-Kaninchen. Oh Mann. Da geht er extra in den Umweg. Tschüsser. Und jetzt kommt er zum Killer-Kaninchen. Ich will tatsächlich hier hin. Er will nämlich ein Schlüsselfeld haben. Wahrscheinlich. Und das Kaninchen aus Rennen läuft irgendwie in die falsche Richtung. Sehr gut, Kaninchen. Geht nie so, wie man will. Das Kaninchen hat es nicht so wieder orientiert. Oh, was ist das denn? Schießen ist... Okay. Du musst immer darauf schießen, wenn so eine Zählscheibe aufploppt. Aber keine Bomben. Keine Bomben und nicht ins Leere schießen. Das gibt, glaube ich, auch Abzug. Oh, okay. Das ist die Bombe. Scheiße. Na, das war ein paar Mal. Ja, ich bitte darum. Nee, danke. Ihr seid sehr schnell. Ja, wir sind ja noch nicht so alt. Wir haben eine schnelle Reaktion. Das bemerkt bei solchen Tünen immer. Leider. Dass ich mit meinen langsamen Reaktionen echt nicht gut bin. Ah, scheiße. Scheiße. Naja, wir sind jetzt heute bei. Sie sind die tausendmal verfehlt. Ja, ich auch. Ihr habt aber nicht gesagt, dass man verfehlt auch noch ein Minusprozess. Doch, hat er gesagt. Doch, habe ich gesagt. Ja. Verdammt. Hättet ihr mir da vorsagen müssen. Ich hätte dir sagen sollen, dass ich es sagen werde. Ja, irgendwie habe ich das erst kapiert, als ich jetzt gerade eben vier, fünf Mal geschossen habe. Oh. Ja, ich habe schnell aufgefallen. Minus, Minus, Minus. Ja, da habe ich Schrotflinte ausgepackt. Irgendwas wird schon treffen. Ja. In dieser Map sind wir irgendwie immer viel zu weit auseinander. Man kann nie diese Nahkampfwarfen nutzen. Ja, ist gut. Also für mich war ich gerade ab. Weißt du, dass du das Geschenk benutzen? Naja, ich benutze den Kackfus. Safety first. Ah, super. Und Heilung. Yay. Heilung Mann und Söhne. So, was habe ich jetzt noch an den Gegenständen? Für eine Brotflinte. Was macht der? Ja. Hat das Medi-Pick benutzen? Neul nicht. Dann benutze er die Abrussbörne. Ne, ich benutze gar nichts. Wie. So. Aber der Wolf will eine Abrussbörne. Der Wolf nicht alles will. Ah, ich will hier gar nichts. Doch, doch. Ich glaube, wir müssen mal auf Hutz gehen. Der hat zu viele Schlüssel. Du hast nur Angst, dass ich endlich auch mal nochmal meinen zweiten Pokal kriege. Ja. Schuldig im Sinne der Anklage. Ja. Schuldige ihm. Gernitchen. Hol ihn dir. Naja, der geht zu Tieren. Deswegen Nero. Der ist gar nicht falsch gelaufen. Der kommt über die Gefährdung. Der hat die Witterung aufgenommen. Oh nein, das ist das Buddelding. Staubsaugen. Okay. Ja. Der Saubstauber. Ich habe Luigi's Mansion gespielt. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich habe versucht, die Wüste leer zu saugen. Hast du? Habe ich. Es gibt in Luigi's Mansion eine Wüsten-Map und ich habe tatsächlich versucht, die leer zu saugen. Unnötig zu sagen, es funktioniert nicht. Aber da gibt es ein Passwort, wo du saugen kannst, oder? Ja, also ein bisschen was kriegst du raus. Aber es nützt nichts, wenn du die Wüste leer saugen willst, weil an den Wänden kommt immer nach. Ah, okay. Ich habe den Schatz gefunden, oder? Nope, aber ich habe eine Wand gefunden. Den Schatz habe ich einmal gefunden, wie zum Minispiel. Ich noch nie. Nein, meine Mütze. Ich habe gesagt, er ist auch vielleicht ein bisschen höher und nicht so tief. Meine! Ey, die habe ich freigesaugt. Ja, die hast du ja auch gekriegt. Oh, da ist er. Aha. Nein, ich habe ihn nicht. Ich bin von oben runtergefallen. Also irgendwie hängt das gerade. Irgendwie will sich dieser Kristall da nicht einsammeln lassen. Ja, manche irgendwie fangen das ja. Vor allem, ich habe auch da den Schatz gesehen, bin drauf zugelaufen und da war er weg. Ja, ich bin von oben runtergefallen. Ja, er ist draufgefallen. Ich war direkt davor. Das war alles geplant. Ich möchte ihm gerne ins Bein beißen. Ja, mach ruhig. Ich stehe voll drauf. Ich bin ein 1a Wadenbeißer. Okay. Forksanschuh. Ja, das ist okay. Ist überhaupt kein Problem, mein Kida-Kandidchen tötet dich jetzt. Hoffentlich verlierst du da durch den Pokal. Ich habe aber noch ein Dings. Ich glaube, der Kack so schützt davor. Ja, ich glaube auch. Ja, pass auf, was er schüttert fällt. Er war runter. Los, war runter. Kaktus? Was für ein Kaktus? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, ja, ja. Merke ich mir. Das bezweifle ich. Wer bin ich? Wo bin ich? Ich werde ich sonst morgen behalten müssen. Also die 5 Minuten werde ich mir schon merken können. So. Wenn ich jetzt das... Was ist das? Aber normal. Ja. Könnte ich ja mal. Ich könnte ja mal... Kann ich... Kann ich das hier auf die Spieler direkt? Ne. Kann ich das jetzt? Geht nicht. Okay, bestimmt. Nein. Das ist ja jetzt. Geht nicht. Das hat man reichen weiter weiter. Das hat man über bestimmte Reichweise. Hatte auf sich selbst einsetzen. Ah, hab gehört. Das finde ich nicht so geil. Aber ich? Du kannst aber die Abrissbirne, die funktioniert. Ja, aber die Idee hilft mir nicht. Die hilft mir nicht. Das bringt ja nicht... Ich wollte ja Exo die beschädigen oder die Schlüssel klauen. Wenn die Abrissbirne beschädigt, nehmt die auch Schlüssel weg ein paar. Ja, aber das reicht. Oh, die nimmt auch Schlüssel weg? Ja, so ein Würde. Dann lässt man ein paar Schlüssel fallen. Okay. Okay, aber dann macht das noch Sinn. Das reicht dir genau, dass es nicht reicht. Das reicht dir genau, dass es nicht reicht? Ja. Also der hat jetzt 39 und nicht mehr 40. Ja, ja. Eine teuflische Strategie. Ja, ne? Kurz ist richtig diabolisch. Ja. Wurde mit einem Pentagramm gefangen. Glaube ich muss Hutz dann beseitigen. Ich meine, jemand, der so diabolisch ist, den kann ich nicht als mein Gegner verlassen. Ja, als ob du überhaupt noch in Reichweite von uns bist. Ja, warte mal ab. So, warte mal ab. Na, jetzt kann sie wieder den Müssen holen. Verdammt. Stimmt, ja. Ich habe eh nicht genug gewürfelt. Jetzt biegt dieses Kaninchen in die falsche Richtung ab. Ja, ich glaube, da lang ist kein Weg. Kaninchen hat seine Brille nicht an, ne? Ja, ich wollte auch gerade sagen, was hier... Oh, was ist das? Ah, das Ding, das finde ich doof, scheiße. Oh, ja. Bewegen und springen, Doppelsprung für zwei... also zweimal drücken für Doppelsprung. Äh. Ich kann das nie abschätzen, ob man einen Sprung braucht oder zwei bei so einem Ding. Ekelhaft? Ja. Widerlich. Ich glaube, ich darf dich dran erinnern, beim letzten Map... Draußen. Äh, bin alle draußen. Ja, ich bin auch schon einmal. Es ging schnell. Ich bin nochmal... Ah, ich bin jetzt ganz draußen. Okay. Ich bin jetzt noch. Okay. Jetzt bist du ganz recht. Ne, ich hatte schon davor nur Leben. Alles gut. Ich bin zweimal gestorben, ich hatte nur zwei Leben. Shit. Ha! Also wie immer, eigentlich brauchen wir die Winnie-Spiele doch gar nicht spielen, oder? Können einfach instant in Ernährung gewinnen. Ja, aber es geht noch um den zweiten Platz. Ach so, okay. So, was hat man hier. Nichts, was ich gebrauchen kann. Warte mal, warte mal, warte mal. Weil das Unfaire ist, dass die in alle Spiele auch noch die guten Items bekommen. Also die, die gut sind, werden noch besser. Nein. Und? Was würdest du mir damit sagen? Dass diese Spiele sich nicht gegen... Du sagst das so, als wäre es was Schlechtes. Ja, ne, das Problem ist, dass die... Das Spiel sich ja nicht mal gegenbalancet. Ich versuche... Ja, kommt noch. ...unterzufallen. Nein. Äh, ja. Okay. Scheiße. Ich fall zum Wolf rüber. Ach so. Das hat wohl nicht so ganz funktioniert. Auch zum Kaninchen. Ich weiß nicht, tötet es mich, wenn ich drüberlaufe? Ich glaube, nein. Nein. Okay, gut. Warum nicht? Ah. Sollte dich töten. Ich hab ab. Aber es könnte sein, dass es trotzdem mich noch einholt. Ja. Hm. Aber wisst ihr, was schön ist? Hm. Ich hab noch ne Rakete. Ah. Ah. Aber gut, du hast nicht genug Schlüsse. Aber hier liegen noch drei. Ah. Das waren jetzt über zwei. Hä? Das waren exakt drei. 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 Oh. So ist das also, ja? Alles geplant. Alles geplant. Verdammt, jetzt ist es wieder ganz da drüben. Ja, jetzt gerade, wo ich abgebogen bin, weißt du? Ja. Alles Absicht. Ich hoffe, du hast Kaninchen flüssig. Ich auch. Neues flüssig. Neues flüssig. Nein. Ich glaube, das war der Grund, warum ich dieses Spiel nur einmal gespielt habe. Weil ich jetzt nicht balanced bin. Wegen dem Kapitalismus? Ja. Au. Au. Kapitalismus ist schuld. Was passiert, wenn ich eigentlich... Das war ja noch besser als Kommunismus, oder? Wenn ich den nutze, was ist... Er hat nicht genug Reichweite. Er hat alles immer nicht genug Reichweite. Ja. Weil du halt so kurze Arme hast. Ah. Oh, nicht. Einer da. Na gut, daneben nicht. Und ich muss auch noch in die falsche Richtung laufen. In der Reihe. Und auch noch was abgeben. Aha. Dieses Spiel hat einen dicken fetten Dislike von mir. Können wir nicht wieder Mario beim Wolf zugucken? Nee. Ich muss ja noch gewinnen. Aber danach können wir. Und das ist jetzt schon wieder... Oh, das ist das Panzerspiel. Wir schießt gegenseitig versenkt. Äh, verloren. Äh, wie schießt man? Mit Linksklick. Ich hab keinen Linksklick. Dann mit... Was anderes. Oh, fuck. Ich komm nicht hoch. Fuck. Okay. Schießt euch da alle mal unten ins Wasser. Nein. Verdammt. Ja, ich glaub wir müssen Exo da mal rausholen. Auf geht's. Nein. Oh, oh. Nein. Halt. Stopp. Verdammt. Ah. Oh, oh. Okay. Kurz versenkt sich selbst. Ja. Nein. Nein. Jetzt bin ich runtergefallen. Ab. Ich muss gestehen, äh, du kannst nur... nach unten in eine Richtung oder geradeaus in eine Richtung. Es gibt kein Zwischending und das war halt grad das Boot. Ich weiß nicht, kann man mit der Monster mehr machen außer drei Richtungen? Ja. Kannst überall hinschießen, wo die Maus hinzeugt. Okay. Ja, dann ist das eins von denen, wo es mit Maus hat. Deswegen sag ich ja mit Maus spielen. Du siehst ja, ich gewinne die meisten Spiele, ne? Also... Ja, dass du bescheidest. Nur weil ich grad nix dazu sage, Wolf. Weiß nicht, dass ich das nicht registriert hab, ne? Du stehst direkt neben mir, das haben wir so gesagt. Kann ich erstmal weg. Oh, nee. Er klaut die aus. Ach, ich hab nichts mehr zum klauen. Scheiße. In die Zwölf? Aber er hat mein Portal. Oh, hier steht beide perfekt. Können wir jetzt mal ein bisschen rächen. Und am Ende jagst dich mit hoch. Ja, wahrscheinlich. So wie ich mich kenne. Weil... Alles fällt runter. Hehehe. 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 Und trotz jenseits von gut und böse. Hehehe. 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 Vor allem wäre es gar nicht so doof, weil dann wäre sie da in der Nähe vom Kaninchen. Ah, sie heilt sich aber. Jetzt ist es soweit. Aber der Leon kann sich noch dahin porten. Der hat noch ein Portal, der kann mit jedem Platz tauschen. Ich habe auch ein Portal. Dann kannst du ihn auch wieder zurücktauschen. Ich habe aber ein Teilungsportal, da kann ich das zurücktauschen. Und in der Zeit bin ich rüber gelaufen, da habe ich es weggeholt. Wir tauschen einfach jeder mit jedem. Am Ende stehen wir alle vier weit weg vom Pokal. Singen ist mein Fachgebiet. Um was geht es genau mit dem Singen? Ich habe gerade den Zusammenhang nicht gefunden. Wahrscheinlich wegen der Anime-Musik. Ja, aber ich kann kein Asiatisch singen. Warum nicht? Was soll das? Lass mich kurz überlegen. Wahrscheinlich meistens, weil ich es... Ich hatte jetzt erwartet, du singst mit einer richtig schrillen Stimme oder so. Ah, ja! Ey, lieber doch nicht. Mehr Teenie-Girl, weniger alte Hexe. Gerne. Aber... Oder direkt der Schwan oder was das war. Wie viel habe ich denn jetzt noch über? Zwei Schritte, glaube ich. Zwei Schritte ist gut. Zwei ist gut. Kommt näher... Oh! Hey, das biegt über da, wo es nicht abbiegen soll. Ja, das ist... Das ist dann ganz krumm. Das ist... Das ist... Das ist broken. Das hat das... Habt ihr doch bestimmt... Oh, was ist denn das schon? Wie ne? Ja, Stere schießen. Ich mag das nicht. Und zwar gar nix. Ja, ich bin da sehr eigen. Stimme, 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 Stimme ... Ich bin ein Hubschrauber... Bhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhababha Haua! Ich bin da nochmal. Haua! Ah, die lebe. Haua! Au, ich bin tot. Au, jaua! Bet Arkhorn, direkt wenn man einmal geschossen wurde... Ah, doch müß! Wie der Alexawative übertreibt hier! Ne, ich habe noch gar nix, Leute. Ich habe auch noch einen. Ah! Exo hat genauso viel wie ihn. Ah! Ich habe immer noch einen. Lauf! Nein? Oh, ich habe einen. Ich habe noch einen. Es stirbt nur, wenn man die Lava berührt. Ja. Okay. Verdammt. Oh. Nein, lass mich in Ruhe. Super. Super! Also ich habe einen. Das ist... Ich sage das. Diese Spiele sind einfach nicht meins. Ich gebe mich einfach damit ab, da bin ich auf der letzten Position. Ah, das konnte ich ja jetzt auch nicht. Also dieses Minispiel finde ich dann sicher nicht ganz einfach. Äh, meins war es gar nicht. Nee. Man muss einfach nur mal oben sein. Ja, eigentlich schon, aber leichter gesagt als getan. Weißt du, wie oft ich oben war? Zweimal. Und weißt du, wie oft ich gestorben bin? Siebenmal. Ja, dann musst du doch. Jedes Mal auf dem Weg nach oben. Ja, der Weg nach oben ist steinig und schwer, ne? Ja, dann hättest du einfach einen anderen Weg nach oben suchen sollen. Kannst ja auch auf dem Bildschirm rausfliegen und auf der anderen Seite wieder reinkommen. Ja, das... Genau. Hab ich vorhin gerade... Ja, hab ich gemerkt gerade eben. Es geht. Ja, du bist mir entkommen dadurch. Ja. Es gibt immer wieder neue Regeln, die hier ins Spiel eingebaut werden. Wir denken uns hier einfach aus, damit du verlierst. Die Regeln gibt es gar nicht in echt. Ja, ich weiß schon. Das ist so wie bei dem Ding vorhin. Bei dem Mario-Mod. Das ist das Ding eigentlich. Ja. Könnt ihr auch vorhin euch einfach hin und her zu teleportieren? Nee. Ja, langweilig, wenn wir damit aufhören. Ist doch nur neidig, weil du das nicht kannst. Ja. 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 Sly. Danke fürs Hosten. Mit dem Lied, dass der Ohrwurm für Hood sein sollte. Du darfst einfach wieder. Nein, das ist mir lecker. Nein, das ist mir lecker. Nein, das ist mir lecker. Oh, jetzt sitzt auch noch neun ein. Okay, ich glaube, Alex hat einen Schlaganfall. Ja, das ist normal. Das ist Yoshi's Island. Bei 1000. Yoshi's Story. Au. Warum hat der so viel jetzt abgezogen bei mir? Wenn du so viel hast. Weil ich ihn abzieher bin. Ist jeglich. Das ist proportional. Je mehr du hast, desto mehr verlierst du. Ja. Prozessual. Habe ich schon gesagt, dass ich diese Spielregeln nicht mag. Süka. Du liebst das. Fuck. Das ging schnell. Verdammt. Verdammt. Nein. Ich bin auch unten. Ist ja peinlich. Ich bin vor Hoods gestorben. Ja. Ja, gar nichts. So, was macht ihr jetzt weiter? Wir tanzen. Wir tanzen. Weißt du, dass jemand... Oh, es gibt mehrere Runden. Okay, gut. Es gibt drei Runden gesamt. Hallo. Hallo. Verdammt. Hallo. Nein, 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 nein. Weg hier. Ah, fuck, fuck, fuck. Ey komm schon. Das ist echt nicht meinst. Ich mach den Hoods und sterb da und als Erster. Ja, aber der Hoods, der ist noch drin, das ist das Problem. was nicht sterben ja die haben aber eine beschleunigung ich habe null punkte ich habe nicht einmal gewonnen und schon kurz macht papa stolz ich habe meine spider-man kraft aktiviert erbe dich werde nun eine hand erlesene sammlung von chips die wie präsidenten aussehen jemand anders weißt du was das schlimme ist dafür habe ich verliere ich jetzt auch noch meine position und du kannst dir die dinge leisten aber ich wollte sagen der wolf ist okay warum bringt das nichts wenn er mit dir getauscht hat und wenn man ja nachts weil er sich warum bringt ihm dann du was wenn er mit mir tauscht weil du es dir leisten kannst und du schon ein hast kannst sie auch leisten ja wer hat noch nichts und hat nichts und es ist aber schlucker aber aber wüsst ihr was das gut ist jetzt kann ich mal den wolf abschießen töten töten schießen sehr schön so hat noch ein portal übrig wenn ich mich nicht verzählte mir ging es nur darum dass es stirbt der rest ist mir egal dafür er hat mich gerechtig du bist wieder im erbe drüben jetzt darfst du gerne mit mir tauschen ja gut auf die staubsauger das das macht nichts das löst mich aus ich nicht das ist ja schon aber exo hat nicht mehr viel leben das heißt wir knallen sie dann einfach ab und dann ist niemand da das ist was ich habe noch nur ich habe noch mal abriss bier noch ich nicht ich schon aber auch nicht besonders nett ja ich bin ich mache nichts ja du tauscht ich töte überhaupt kein problem ja tauschen das ist ein großer unterschied ich finde das ist absolut gerecht ich werde mich einfach hin teleportiert ohne jemandem weh zu tun ja du kannst du das mal aussetzen ja ganz auf sich mein glück hat mich verlassen du hast schon zwei pokale ja der wolf aber auch und der total tolle fisch sagt wie es nun mal sein muss man muss einfach nur gewinnen wir müssen wenn du jemanden triffst wieder zurückgeschleudert und wer in die lava fällt verliert ja also wer in die lava fällt verliert langsam leben so lange du drum bist und wenn du kannst mehr hast du total toppen und wir sind alle die tollen zauberer ich bin nur am boden was ist hier los aber noch nicht zerstört weil mich kann jemals hinschießen das ist das spiel ja ich bin mir nicht so sicher was ich hier tue ich glaube einfach nur ich will ihn generell immer da wo die maus ist ja du merkst maus ist besser aber ist gut wenn uns nicht zielen kann ich kann nicht zielen ich habe total gekriegt geht es also weiter es geht weiter wir haben aussetzen also exo du darfst doch weiter leben aber das schlimme ist den kann ich töten hat zu viel leben ja du hast mich erst getötet dumm gelaufen aber das problem ist er kann sich nicht leisten das stimmt ja das ist gut es ist ja auch noch nicht so weit dass ich da bin da liegen aber noch ein paar rum dann bedenke elf sind fast 40 also bei 22 das wird nichts mehr das ist schon einig ich gehe mal zu dem aufrufen was da passiert stürzt wie bei mir nur die box da ist was ist das exo ist am zu oh würfle eine höhere zahl als vier oder scheitere dreimal um auf die karte zurückzukehren ah ok so lange müssen alle da bleiben außer ich bin irgendwie eine kiste du bist eine kiste du musst trotzdem würfeln du kiste da bin ich wieder ich setze das auch nicht aus äh ok höher als vier ja ok und jetzt keine ahnung das ging schnell aber ich darf bedaufe ich muss nicht aussetzen hm schiebung ja wer kann der kann ne in dem plan nimmt ja meine aktion um haben wir jetzt nicht jemanden übersprungen ja ich durfte gar nicht ja oder doch ich habe ja am anfang teleportiert du hast teleportiert aber exo durfte nicht und ich stimmt exo durfte nicht doch exo hat hat gezogen ich hab ja ich hab doch gewürfelt nur halt zu niedrig und dann muss ich wieder aussitzen ok wir müssen laufen ok und ansonsten wir müssen uns merken was wird angezeigt in welche richtung ja und die müssen dann immer einen schritt machen wo bin ich denn immer einen schritt das war hoch und recht das war hoch und recht ich glaube ich habe es nicht gedacht ich bin zu doof nicht nicht die sind nicht nicht die sind die sind nicht auch nicht die ist Das ist das erste Mal, dass dieses Hund die Spiel gewonnen hat. Gar nicht, genau. Du musst immer einen Schritt von deiner Position aus machen, da wo es sagt. Ich dachte, man muss auf das Feld, was dann am Ende das dann wäre. Nee, nee, tatsächlich nicht. Ach, ich bleibe da unten. Ach, ich bleibe da unten. Ah. Ich sehe, ich verstehe. Okay. Bis er über vier gewürfelt hat oder dreimal verkackt hat. Verstehe. Das heißt aber auch, so lange kann ich nicht weiterlaufen. Ja, das ist richtig. Kann ich jetzt den Magnet nutzen und wie? Nein. Ach, schade. Aber guck mal, ich bin auch raus. Okay, ich bin auch raus. Und du besuchst ausgerechnet den, der die ganzen Waffen hat. Ich habe selber die ganzen Waffen. Aber die Sache ist halt die, du verlierst über den Minispiel und ich bin dann vor dir dran. Ja, dann gehe ich halt noch da. Oh, die Reichweite reicht aus, um die Waffen zu töten. Ja. Ich glaube, ich habe eine Strohspende, ich bin mir auch nicht sicher. Ich bleibe einfach im Urlaub. Bis ich genug Schlüssel habe, dass ich etwas auslösen kann. Achso, ich bin ja noch dran. Ja. Ja. So, kurz. Ich habe die Schüssel genommen. Na, ich habe ja genug. Trotzdem. Kurz, einfach in den Rücken geschossen. Warum böser Wolf? Ich stehe noch auf der Ersatzbank. Ja, schäme dich. Was stehst du auch da so rum? Volker, sie sind raus. Achso, ich muss ja... Ups. Ich muss ja noch... Ja, du musst ja. Achso. Weil ich die Torte alleine gegessen habe. Ja. Gib mir... Deine Flüße. Kandienchen, das wirkt sehr nutzlos. Vielleicht ist es das auch. Hörts habe ich noch nicht gespielt. Seitdem ist er schon wieder. Wir müssen uns mit Fässern bewerfen, wir spielen Donkey Kong. Wirft die Bombe auf andere Spieler, um deine Chancen zu erhöhen. Jetzt überlebende Spieler gewinnen. Okay... Was für eine Torte war es? Generell habe ich heute... Schwarzwälder Kirschtorte, oder? Funktioniert irgendwie mit X, habe ich verstanden. Ich schmecke nicht. Den Raus und Topf der Tour geht besser. Ey, bei mir sind keine. Ja, wirft mal hier die ganzen Dinger. Die werfe ich! Ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich laufe einfach immer. Wollen wir einfach laufen, werfen, zerstören? Ich kann nicht werfen. Und mit dem gleichen Knopf, wie du aufsammelst. Ja, gut. Du wirfst wie ein Mädchen. Ja. Oh, oh. Oh fuck, ich bin auch tot. Hm. Ich stehe hier ziemlich ungünstiger, habe ich gefühlt. Okay, also das war ein komplettes Spiel. Wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, ist das echt gut. Ja, aber es steht ja vorher da, wie es das geht. Ja, was aber nicht bedeutet, dass ich dann weiß, wie es funktioniert. Ja, Hutz kann leider nicht lesen. Wir sind furchtbar peinlich. Nein, deswegen fand ich, finde ich das bei Mario Party so toll. Da hast du immer so eine Testrunde. Da hast du immer so eine Testrunde. Ne, da hast du eine Testrunde. Ja, deswegen musst du auch nicht lesen. Lumi, willst du vielleicht uns irgendwie retten? Wir bringen das Lesen bei. Das ist überhaupt kein Problem. Ich sing dafür jedes Mal, wenn ein Hunt ist, dann bei Phasmophobia. Ja, das ist gut, dann frisst es dich. Das ist super. Ich gehe aber mit dir immer in den gleichen Raum. Ja, aber ich halte dir, du musst bedenken, ich halte meistens die Tür zu, bevor du drin bist. Ich bin mal so frei. Ich will aber noch genug Schlüssel haben. Ja, leider hast du so viele da. Was habt ihr alle so viele Schlüssel? Ich hätte auch gern mal welche. Was hast du so wenige? Ich hatte gerade über 100. Das Schlimme ist, bei denen, die haben die Pokale und... Ach ne, obwohl der Exo hat nicht die Pokale, aber... Doch, einen habe ich. Das Gute ist, der Wolf stand halt so lange da draußen, aber hat immer noch nicht genug Schlüssel. Ja. Das ist dann auch so hoch geworden. Ja, noch mal vorbei. Hättest du mal dein Ding nicht eingesetzt vorhin? Ja, hättest du mal in der Hose gelassen. So, ich geh jetzt hier lang. Ich geh mal da lang. Wollen wir jetzt Schlüssel und dann gewinne ich in der letzten Runde ein Geschenk, lass mich rüber porten und gewinne. Aber was hab ich noch für Gegenstände? Hm, nix mehr. Es sind nur noch zwei Runden. Ja, hast du auch kein Problem. Du hast jetzt wahrscheinlich eh noch den letzten Ding da. Ja, sowieso. Also noch so ein komisches Ding. Es gibt ja noch diese Bonus-Pokale am Ende. Ja gut, also wenn es einen gibt für die meisten Niederlagen, dann ist er mir. Ich weiß nicht, ich bin da auch top. Nein, du warst nicht so auf vierter Weg. Aber du warst auch mal Zweiter, Hut. Das ist richtig. Ich war auch mal Zweiter, aber ich bin meistens Vierter. Hier musst du nur lenken. Ja, cool. Das kann ich nicht. Und immer durch die Ringe fliegen. Da wirst du, glaub ich, beschleunigt. Oh, 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 das ist invertierte Steuerung. Na super. Ja, also hoch-runter, nicht links-rechts. Okay, ich bin explodiert. Ja, geht noch weiter. Ich glaub an dich, Hutts. Ich glaub nicht, gerne an mich. Aber warum seid ihr eigentlich schneller als ich? Ich glaub, ich glaub weiter genug. Hab ich durch die Ringe fliegert. Ja, ich flieg auch durch die Ringe, aber ich glaub... Ja, ich flieg besser durch die Ringe. Ich hab irgendwo einen kürzeren Weg genommen als ich. Ja, anfangen. Ich bin schon wieder explodiert. Warum machst du denn sowas? Das funktioniert nicht gescheit. Tut mir leid, ich flieg wieder so. Man soll ja nicht explodieren. Der Sinn ist, es nicht zu explodieren. Und nochmal, und nochmal. Ich glaub, wir müssen ihnen Flugstunden geben. Loh, nee. Was ist da los? Und nochmal. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Exo, warum bist du so schnell? Oh, ich bin explodiert. Ja, weil ich ist... Platz 2. Ich komm generell mit zur Steuerung. Eigentlich ganz gut, klar. Echt? 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 Nee, geht eigentlich. Kommt halt drauf an. Was für ne Steuerung. Ich mein, wenn man hoch will, runterziehen und umgekehrt. Ja, nee, damit komm ich ja nicht so gut klar. Aber ich geb mein Platz. Ich hab halt früher oft mal so Spiele gespielt, wo das halt war. Ja. Deswegen hab ich keine Probleme damit. Ah. Hab ich halt was verpasst. Ich hatte als Kind mal so einen Flugsimulator. Auf CD. Und ich weiß noch... Weil ich hatte sowas... Oh, alt. Dass es noch CDs gab. Ja. Und ähm... Der... Der hatte irgendwie als Tastenbelegung 300 Knöpfe gefüllt. Äh, okay. Sodass ich ihn nie gespielt habe. Weil ich mir einfach nicht alle Knöpfe merken konnte. Hättest du denn mal gespielt? Dann hättest du jetzt das Minispiel gewonnen. Was ein Rotsch. Kannst du nicht 20 Jahre in Voraus planen? Leider nein. Ja. Ich bin enttäuscht. Ich bin dritter. Das heißt sogar... Ja, nein. Wird nicht reichen. Ah, ich weiß nicht. Ich hab 14. Wie viel Schaden macht das Ding? 15. Okay, diese Nummer. Ich war so nah dran. Gehen sie auf Start. Es gibt ja auch ein Achievement. Also manchmal für den meisten ausgeteilten Schaden. Ja. Also ich weiß. Exo holt sich wie immer den... Für die meisten Schlüssel. Ja. Also nach der... Schon jetzt auf jeden Fall. Das... Das letzte Mal hatte ich mit dem Wolf hier das gespielt. Und da hat er den Pokal dafür bekommen. Ah, nein. Da hab ich aber auch alle abkassiert. Oh ne. Ach, da... Damit kann ich ja jemanden zu einem... Duell rausfordern. Beispiel den Hutz. Ja, aber es ist schon die letzte Runde. Es gibt nichts mehr. Gott sei Dank. Ja, ich meine auch schade. Sonst hätte ich jemanden zu einem Spiel um seinen Pokal herausfordern können. Ich zum Beispiel den Hutz. Ja. Denn das ist ein leicht gewonnener Pokal. Ja, ne. Hab ich mir auch gedacht. Ein Zug war jetzt so sinnlos. Oh, ich will noch was machen. Kann ich noch das einsetzen? Ja, kannst du. Das reicht. Ja. Die reicht gerade. Mach's halt. Bin nicht allergisch. Au. Und dann schlag ich noch den Würfel und dann ist es vorbei. Mein Kaninchen war einfach total nutzlos. Ja. Kann ich bestätigen. Da plant der Wolf doch gerne alles durch, aber sein Leben hat er nicht durchgeplant. Ne. Guck mal jetzt. Es läuft schon wieder falsch. Ja, von da aus führt kein Weg in die andere Richtung. Das muss sich wie ein Spieler bewegen und bei jeder Kreuzung ist zufällig. Ja. Jetzt kommt's drauf an. Sehr gut. Es ist endlich vorbei. Das Leiden. Bin gespannt. Könnte eine knappe Sache werden. Ja. Ich hab mich halt am Ende ziemlich abgekackt. Ja. Ich glaub. Meister verursachter Schaden. Echt? Ich hätte das gedacht, Exo. Hätte ich auch gedacht. Ah. Am meisten gewonnene Schlüssel. Hätte ich auch gedacht, Exo. Ja. Okay, das wird echt noch eine knappe Nummer hier. Meisten gewonnene Minispiele. Wuhu. 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 War retten ganz knapp. Damit bin ich Dritter. Und wieder mal bin ich ungeschlagen. Ja. Ich hab's vorausgesagt. Ja. Aber es war wirklich knapp. Naja. Zwischen mir und dir jetzt nicht, aber zwischen mir und Exo war's knapp. Warum das war? Es stand 4 zu 2. Aber am Ende werden wir viele Minispiele verloren. Das ist doch jetzt 4 zu 3, oder nicht? Nee, nee. Exo hatte nur einen. Achso, ich dachte, du hattest zwei. Nee, Exo wurde jetzt auf zwei gehoben. Damit hat sie mich überholt. Ja, okay. Dann war's nicht knapp. Dann alles gut. Wutz, möchtest du kurz mal näher ans Gitter kommen? Hehehe. Nein. Wow. Könnt ihr es warten, ja? Ich hab's dritten zu hauen. Ich bleib da schön abseits. Komm her. Komm her. Komm her. Ich bleib da platt. Au. Scheiße. Na gut. Wenn ich mir die Statistiken sagen sehe, war schon von den Werten her recht eng beieinander. Sag ich mal her. Gewonnene Minispiele, ja, 8 zu 6 zu 5 zu 0. Oh. Ja, Hutz zählt jetzt nicht mit. Der hat verloren den Minispiele am meisten. Ja. Hätte theoretisch ein Pokal verdient. So theoretisch. Verursacht das Schad 88 zu 58 von Hutz. Mhm. Oh, das ist gut. Also das ist ja sehr eng beieinander alles. Also. Der hat so eng wie 11 an 40 liegt. Naja. Der ich mal hier erhalten als Schaden 67 ein. Bei gewonnene Schlüssel war es eng beieinander. Alles andere war, äh, war Nero Hausruf. Warum gab es denn keinen Pokal für erhaltenen Schaden? Da war ich gut. Ja. Ja, stimmt oder was? Sehr gut. Dann, äh, ich geh da mal raus. Mein Essen ist nämlich gekommen. Alles klar. Ja. Für diese unheimlich, äh. Könnt ihr noch eine Runde spielen? Weiß ich nicht, ob wir das können. Also ich kann keine Runde mehr spielen, weil ich erst jetzt. Du wirst auch so abends essen eigentlich. Aber danach, von mir aus. Also ich wäre noch für eine Runde dabei. Ich füge mir nur was zu trinken gerne holen. Ja, wenn ihr 20 Minuten zum Essen einräumt, dann wäre ich auch noch dabei. Ja, ist halt das Problem mit live, ne? Ja, dann gehst du in deinen einen Heck wieder rein, den du vorhin achten eh noch nicht. noch weitermachen wolltest. Ja, aber jetzt für 20 Minuten. Ja, schaffst du bestimmt eine oder zwei Lärme. Ja, auch nicht. Oder du spielst was anderes. So lange. Also wie gesagt. Ansonsten wäre ich dann, wenn wir nicht noch mal spielen, dann äh, raus essen. So oder so. Ja, dann, fürchte ich, machen wir jetzt erstmal wieder mit den Hacks weiter und dann gibt's nachher Phasmophobia. Ja. 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 Ja.